Schön, dass ihr zu diesem neuen Video eingeschaltet habt. Mein Name ist Alexandra Ewang und ich arbeite als Fotografin. Für die, die mich noch nicht kennen und das ist mittlerweile auch schon eine ganz schön lange Zeit. In meinem letzten Livestream auf Instagram, der Contest übrigens Alex Love Snelli, habe ich euch so ein bisschen mit in die Vergangenheit genommen. Das heißt, wir haben in meinen alten Veröffentlichungen gestöbert und das fand nicht nur ich total spannend, sondern vor allem auch ihr. Leider hat das nicht so ganz geklappt, den Livestream zu speichern und deswegen habe ich euch versprochen, alles klar Leute, kein Problem, wir holen das einfach nochmal nach und genau das machen wir jetzt in diesem Video. Bevor wir starten, ich würde mich total freuen, wenn ihr so ein bisschen interaktiv quasi mit dabei seid. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr die Bilder vielleicht sogar schon kannte, die ich euch gleich zeige. Es geht hier wirklich um Bilder, die teils von 2014, also von vor sechs Jahren sind, von Reisen, von Veröffentlichungen, die ich für kleine Modemagazine hatte und und und. Also super spannend, gar nicht alles nur mit der Pferdefotografie zu tun. Ja und damit geht es jetzt los. Ich wechsle einmal den Platz, ihr seht mich gleich nicht mehr gern, meinen Rechner und filme vom Bildschirm ab und erzähle euch dann was dazu. So, ich bin jetzt hier auf meiner Facebook-Seite gelandet und ich habe hier einen ganzen Ort nach Veröffentlichung, wenn du da mal reinschauen willst, gar kein Problem. Alexandra-Ewang-Fotografie heißt die Seite und das hier habe ich 2014 gepostet und die Bilder, die du hier im Moment siehst, die sind alle so ungefähr um 2009, 2008, teils auch noch etwas älter entstanden. Das ist ein Screenshot vom Archiv Bosell, von der Edition Bosell. Du weißt vielleicht, dass auch mein Pferdeliebe-Kalender in der Edition Bosell erscheint, jetzt im nächsten Jahr schon zum vierten Mal. Und das sind eben Bilder, die dort im Archiv eingegliedert sind und dementsprechend jetzt auch schon Teil zehn Jahre alt oder eben auch noch älter. Das hier ist beispielsweise der Don mit meiner Cousine Sabrina. Das hier ist ein Foto, auf das ich ganz besonders stolz bin. Das ist damals zum Beispiel auch auf dem Cover gelandet. Hier unten siehst du meine Mädels. Das Sofa haben wir übrigens einfach auf dem Sperrmüll gefunden, beziehungsweise das stand da auf dem Sperrmüll und wir haben es fotografiert. Das kleine ist die Nelly und hier ist eben auch noch ein Text dabei. Und das habe ich 2014 gepostet und da schon geschrieben. Habt ihr Lust, mal in alten Bildern zu stöbern? Und jetzt sechs Jahre später, oder ja, sechs sind es noch nicht ganz, fünfeinhalb Jahre später sind die natürlich noch älter. Also super spannend zu sehen, finde ich. Dann gehen wir hier einmal weiter. Das sind Bilder von der Hochzeit von Stefan und Anja Franz, die ich mit Marco damals fotografieren durfte, auch im Jahr 2014, also auch schon der ganze Ecke her. Und die sind damals in der Express gelandet. Wer ihn nicht kennt, ist ein Schauspieler von unter uns oder war er mal? Rolf hat er da gespielt, den Bösewicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nie unter uns geguckt, beziehungsweise kannte das noch nicht. Aber das macht ja nichts. Die beiden sind total nett und da waren wir zusammen in Holland und haben, wie gesagt, die Hochzeit von den fotografieren dürfen. Genau, weiter geht's hiermit. Das ist ein Projekt von meinen Mitstudenten. Vielleicht weißt du es noch nicht. Ich habe von 2000, lass mich mal überlegen, 11, glaube ich, bis 2015 Kommunikationsdesign an der FH Düsseldorf studiert mit dem Schwerpunkt Fotografie und habe auch meine Abschlussarbeit über Frauen und Pferde geschrieben. Und das hier war ein Projekt, das nannte sich die Villa oder nennt sich die Villa. Hier steht das auch nochmal neben. Und das war ein Haus, wo mehrere und verschiedene Fotografen waren, die damals Fotos gemacht haben. Und daraus ist ein ganzes Buch entstanden. Und die Fotografen haben ihre ganz eigenen Projekte umgesetzt. So, und jetzt die Frage an euch. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer dieses Pferd ist. Wer kennt ihn? Ich bin riesig gespannt und werde gleich zum Schluss nochmal auflösen. Aber erstmal fleißig reinschreiben. Okay, wir gehen weiter. Da kommen wir zu meinem, ich glaube, das war mein erstes Titelbild damals. Also mein erstes Cover auf einem Kalender von Gabriele. Und wow, ich bin wirklich gestorben vor Stolz, könnte man so sagen. Das ist in einem Kundenshooting entstanden, das Bild. Das ist Joe. Und den habe ich hier platziert vor Weinreben. Hier siehst du das so ein bisschen vor einem dunklen Hintergrund. Ist dann, wie gesagt, aufs Cover gekommen. Hat mich unfassbar doll gefreut. Und genau, mich einfach sehr, sehr stolz gemacht. Ja, dann kommen hier jetzt so einige Veröffentlichungen in Online-Magazinen, verschiedene Fashion-Sachen. Wenn du sagst, boah, das möchte ich mir mal alles angucken, geh mal auf die Seite. Ich hatte es schon geguckt. Der Link ist sogar noch aktiv. Genau, und das ist jetzt nochmal spannend. Denn das ist eine Veröffentlichung im ADAC Reisemagazin. Also wirklich unfassbar cool. Oh Gott, auf so einen Job hätte ich auch nochmal mega Lust. Das war wirklich, also Riesenglück, dass wir das machen durften. Und ja, einfach der Hammer. Ohne Witz. Also wir waren 2013 in Südafrika. Marco war einen Monat vor mir da, der hat im Edo National Elephant Park, ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig in der Rungen, dass er genau so heißt, ich glaube ja, gearbeitet. Und war da halt einen Monat unterwegs. Und ich bin dann nachgereist. Und dann sind wir noch zusammen durch Afrika getourt. Haben super viel fotografiert. Und da hatten eben unter anderem diesen unfassbar genialen Job für den ADAC. Wow, also wirklich mega. Und haben dann auf der Gartenhut Fotos gemacht. Wir hatten da eine Liste, was wir fotografieren sollten und was halt in den Texten so vorkam. Und haben dann eben Bildmaterial geliefert. So sah das aus. 2013 mittlerweile auch schon. Ja, das bin ich in Kyrgyzstan. Da waren wir ja letztes Jahr im August auch. Da war ich auch schon im Jahr 2013. Und zwar wurde ich eingeladen vom Lions Club. Und ja, das ist eine gemeinnützige Organisation. Wahrscheinlich kennt der ein oder andere von euch den Lions Club. Und dort bin ich mit einigen Fotografen aus Deutschland hingeflogen. Und das war ein Austausch zwischen kirgisischen Fotografen und deutschen Fotografen. Wir waren da in Kinderheimen. Es gab ein Musikfestival. Und wir hatten, und das war so natürlich irgendwo mega das Highlight, eine Ausstellung im Nationalmuseum in Bishkek. Bishkek ist die Hauptstadt von Kyrgyzstan. Oh Gott, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wahnsinn. Also auch 2013 ein super spannendes Jahr für mich. Und dort seht ihr einige Bilder von mir, die dort ausgestellt wurden. Und in Kyrgyzstan ist das Pferd eben auch heilig. Und ja, ich wette auch übrigens noch mal einen Blogbeitrag zu schreiben. Wenn ihr da Lust zu habt, ich war ja wie gesagt 2013 wieder vor Ort. Wir haben dort eine Reiterreise angeboten und gemacht. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich werde mal gucken, dass ich mich da die nächste Zeit unbedingt mal dran setze. Aber auch da, ihr könnt euch vorstellen, wie stolz ich war. Genau, das sind jetzt so einige Veröffentlichungen, die kommen. Das ist übrigens meine Freundin Teresa, mit der ich jetzt auch nach Sri Lanka geflogen wäre. Sind wir ja nicht. Wir sind in Deutschland. Ich denke, ihr wisst warum. Und da gibt es so einige Veröffentlichungen unterschiedlichen Modezeithufen. Also das ist jetzt wer anders. Das ist Lisa. Und genau, damals habe ich auch super viel mit Styling gern gemacht. Habe sie auch geschminkt, ihr die Haare gemacht. Das ist sogar mein Morgenmantel. Und genau, da kommen jetzt noch so einige weitere Veröffentlichungen. Das hier ist mein altes WG-Zimmer, in dem ich mich gerade befinde. 13 Quadratmeter Ausstellung in Düsseldorf. Zu dieser Zeit war ich noch Studentin an der FH Düsseldorf. Und was ich in der Hand halte, das ist mein ganzer Stolz. Mein erstes eigenes fotografiertes Buch. Die Autorin ist Judith Schmitz, eine Eselfachfrau. Und da durfte ich damals für den BLV-Verlag, auch 2013, ich sage ja, es war ein mega Jahr irgendwie, durfte ich dieses komplette Buch fotografieren. Also nicht nur das Cover, sondern auch alle Innenseiten sind von mir 127 Seiten. Gibt es übrigens auch noch zu kaufen. Ich weiß nicht, ob im Buchhandel, da müsst ihr einfach mal gucken. Ansonsten Definitivore Amazon. Aber ich bin auch immer Fan, kleine Buchhandel zu unterstützen. Und da direkt über den BLV selber. Könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr Esel habt und euch dafür interessiert. Mein erstes Buch. Genau, und das sind jetzt die Veröffentlichungen, wo ich meinte, da gibt es halt einige von, von den Modesachen. Da habe ich ganz, ganz viel mit Designern zusammengearbeitet, für die die Kollektion fotografiert. Das war beispielsweise auch in Düsseldorf. Das war in Berlin. Einen Fotowettbewerb habe ich da gewonnen. Auch von so einer Fotografenseite. Ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut. Also das Bild habe ich auf jeden Fall in Berlin fotografiert. War auch immer eins, ganz, ganz lange meine absoluten Lieblingsbilder. Mag ich auch nach wie vor noch total gerne. Genau, dann haben wir hier nochmal das Eselbuch. Und die hier kennt bestimmt der eine oder andere von euch auch. Schreibt es mal in die Kommentare. Obwohl, das ist ja jetzt, der wird es auch schon wieder raus. Oder unten steht es ja. Das ist Kenzie und das Bild habe ich gemacht auf der Equitana. Ist damals in der Cavallo abgedruckt worden. Also eine kleine Veröffentlichung, über die ich mich auch sehr gefreut habe. Mächtige Rösser 2014. Auch eine Kalenderveröffentlichung im Pferdekalender von der Edition Bosell. Genau, und das hier sind jetzt wieder so Modebilder, die ich gemacht habe. Die mag ich übrigens auch richtig, richtig gerne. Genau, hier kommt dann noch mehr. Das ist zum Beispiel die Abschlusskollektion von einer, von Irene Parisi. Und Irene Parisi war zu diesem Zeitpunkt Modestudentin. Und das, was ihr hier seht, ist ihre Abschlusskollektion. Hier unten kommen wir noch, ab hier sind dann noch ganz viele andere Bilder. Ich weiß nicht, ob die noch online sind dort. Müsst ihr mal reingucken. Mega spannend. Auch hat riesig viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, diese ganzen Fotos sind dabei entstanden, auch veröffentlicht worden. Sind dann auch riesig auf ihre Abschlusskollektion, Abschlussfeier gezeigt worden und so weiter und so fort. Richtig, richtig cool. Also das sind so Sachen, auch hier, das war auch für eine Designerin, die einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Das könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen. Hier dasselbe. Und hier, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ist NUMBE. Und NUMBE ist ein Model und der ist extra für dieses Shooting aus Paris angereist. Damals 2012, ihr Lieben. Es ist einfach unfassbar. Wir haben ja 2020. Und wenn man mal so zurück überlegt, was man schon alles so gemacht hat und wie lange ich mittlerweile auch fotografiere. Komplett crazy. Genau. Und da haben wir auch die Kollektion fotografiert. Hier steht auch die Designerin. Das war für Martina Nitschia. Genau. Auch damals veröffentlicht worden im Magazin. Das hier ist mein erster eigener Kalender. Ne, den ersten eigenen habe ich, glaube ich, sogar 2014 schon rausgebracht. Damals hieß er noch Zaubermomente, Frauen und Pferde. Jetzt heißt er ja Pferdeliebe. Und hier seht ihr einmal die Bilder. Und das hier ist auch das Fotoshooting, wo ich meine Freundin Nicole kennengelernt habe. Beziehungsweise nicht genau das, sondern das da drunter. Das war ein bisschen später. Aber zu dieser Zeit haben wir uns eben auch kennengelernt. Und ihr seht, hier sind ganz viele unterschiedliche Bilder drin. Unter anderem auch wieder der Don. Und jetzt löse ich auch mal auf. Hier seht ihr ihn nämlich nochmal. Hier auch mit seiner Besitzerin Anja. Das ist Consolido. Ich denke, der ein oder andere von euch wird ihn definitiv kennen. Und bei diesem Villensshooting, was ich eben gesagt habe, mit meinen Mitschudenten. Dort haben Anja und ich uns kennengelernt. Also auch schon, ja, ganz schön lange her mittlerweile. Ja, hier seht ihr jetzt nochmal den Kalender 2015, wo ich gesagt habe, wo ich so unfassbar stolz war. Und da seht ihr auch nochmal, das bin ich vor sechs Jahren. Da seht ihr einfach auch nochmal, wie riesig der einfach ist. Total cool. Ja, das ist ein Job. Der war auch unfassbar genial. Da habe ich für den WDR und für Amans Geheimnis gearbeitet. Und zwar habe ich da die ganzen Fotos gemacht, die ihr jetzt hier seht. Da kommen, glaube ich, auch gleich nochmal welche. Und zwar habe ich da einmal als Setfotografen gearbeitet. Also während dem Dreh gedreht. Auch übrigens für beide Staffeln. Aber auch die Bilder gemacht fürs DVD-Cover und so. Und fürs Presseheft. Das hier ist zum Beispiel von mir. Die drei hier unten auch. Und die wurden dann einfach zusammengesetzt. Nicht von mir. Das nennt man dann Composing. Das hat jemand vom WDR selber gemacht. Aber das ist natürlich auch richtig schön. 2015 war das. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, schaut sie euch unbedingt mal an. Ich finde sie richtig schön. Wurde damals im Bergischen Land gedreht. Und habe mich sehr gefreut. Wer das noch nicht weiß. Ich habe damals meine Ausbildung beim WDR gemacht. Und habe mich natürlich sehr, sehr, sehr gefreut, dass ich da wieder für arbeiten darf. Und eine Pferdeserie hierfür fotografieren darf. Richtig genial. Genau. Das hier ist Ikuku. Ein Modelabel. Da habe ich damals die ganzen Bilder gemacht. Auch 2015 war das hier. Hier seht ihr auch mich mit meiner Lieblingsmütze. Die mag ich übrigens immer noch total gerne. Das Label gibt es auch noch. Da hat auch damals Anja mit Solido mitgemodelt. Das sind Leonie und Biskuit. Und da haben wir richtig schöne Fotos gemacht. Guckt da einfach mal rein. Wenn ihr da mehr sehen wollt. Lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Hier nochmal das Presseheft. Amans Geheimnis. Ich habe eben gesagt, da haben wir die Fotos gemacht. Die sind zum Beispiel auch alle von mir. Und außer dieses hier. Das nicht. Aber das sind alles hier meine Bilder. Eben zusammengesetzt als Composing. Und das war das Presseheft zur Serie. Eingemaltes Bild. Alex und Haflinger Charlie im Mohn. Das fand ich einfach so mega schön. Deswegen habe ich es hier veröffentlicht. Und die Bilder waren damals übrigens auch in der Lissi. Ich weiß nicht, ob da gleich noch was kommt. Genau. Stefan Baumgartner. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn von euch. Genau. So heißt der Satz. Das Foto ist in Andalusien entstanden. Tatsächlich auf der Hacienda Buenos Verte. Genau. Wo ihr auch Kenzie zu Hause ist. Und ich liebe, liebe, liebe diese Stute. Mittlerweile ist sie leider verstorben. Aber ich finde sie so toll. Schaut massierten Herz auf der Stirn. Und das ist das Buchhava geworden. Ich meine, ihr seht es hier selber. Für den Katmos Verlag Working Equitation. Das war 2014, war ich in Andalusien. 2015 ist es dann aufs Buch gekommen. Genau. Hier seht ihr es nochmal. Hafflinger Charlie. Auch im Kalender. Ja, sogar zweimal veröffentlicht worden. Also einmal gemalt. Dann noch in den Kalender. Und dann noch in die Lissi. Richtig schön. Aber ich meine, die Bilder sind auch wirklich sehr, sehr besonders geworden, die wir da im Monen gemacht haben. Genau. Hier geht es zurück nach Kyrgyzstan. Da hatte ich euch ja eben schon von erzählt, dass da ein Riesentamtam war. Und ich glaube, die Bilder belegen das nochmal ganz gut mit Presse und allem Pipapo und Fernsehen und was weiß ich. Da wurden die Bilder überall gezeigt und ihr könnt euch vorstellen, wie stolz wir waren und ja, wie schön es einfach auch für mich jetzt ist, so zurück zu blicken und das nochmal alles zu sehen. Hier auch übrigens mit einem Bild von Talisa und Nicole und hier ist auch Solido. Genau. Der nächste Kalender 2016. Auch mein eigener mit ganz, ganz unterschiedlichen Fotos. Ich glaube, jetzt jedes einzelne zu besprechen, würde zu lange gehen. Aber das ist beispielsweise Mallorca entstanden, Andalusien. Also auch schon Bilder von verschiedenen Reisen. Genau. Hier seht ihr die drei Kalender nochmal alle zusammen. Und hier seht ihr genau, das war mein erster eigener, den ich gemacht habe. Seit 2014, 2015, 2016 und seit 2017 gibt es, oder seit 2018, seit wann gibt es den Pferdeliebe-Kalender. Vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Schreibt es gerne mal als Kommentar. Und wenn ihr Lust habt, schreibt doch mal, welches von diesen Covern ihr am liebsten mag. Und vielleicht habt ihr den Pferdeliebe-Kalender auch immer zu Hause. Das würde mich natürlich ganz besonders freuen. Genau, das ist auch eine Zeitschriftenveröffentlichung. An das Shooting erinnere ich mich auch mega gerne. Sarah und Quinny, Lara und Devil, auch ein ganz, ganz tolles Shooting. Und das war ein Interview, was ich für das Magazin mein Bestens gemacht habe. Und zwar im Bergischen Land. Genau, hier seht ihr mich nochmal mit dem Magazin in der Hand. 2016 hier auch nochmal mit Marco. Ach, das ist ja auch süß, das Bild. Okay, dann das hier. Oh mein Gott, mein Baby. Mit der kleinen Nelly. Und der Micky. Und das ist die Zeitschrift Mein Pferd. Für die durfte ich hier ein Interview geben. Und hier seht ihr auch Anja übrigens vor der Kamera mit Tino und Beauty. Schaut das. Okay, man sieht es glaube ich gar nicht. Aber da ist Tino noch ein Baby. Ein kleines Fohlen. Ja, dann habe ich hier etwas gemacht. Und zwar auch wieder für den Katmos Verlag. Das komplette Buch fotografiert. Gesunder Pferderücken. Mal was ganz anderes. Mit Bildern in der Reithalle. Und ja, hat auch richtig viel Spaß. gemacht, das ganze Buch zu machen. Genau, das hier ist die Drupal, glaube ich. Genau. Ja, okay. Da sieht man auch, wie riesig das Bild ist. Das sind Sandra und Solido, die ich hier fotografiert habe. Und da wurde das Bild eben riesig groß ausgedruckt. Ja, auch eine Buchveröffentlichung. Tanja und Estella, die sich das Buch angucken, auf den sie als Cover abgebildet sind. Und das ist noch eine Veröffentlichung in der, hier steht es auch, in der Inride 2017. Ja, auch Wahnsinn. Ich dachte gerade echt, das ist doch noch gar nicht so lange her. Auch mittlerweile schon wieder drei Jahre. Meine liebe Dorte, auf dem, ähm, nee, sie ist nicht auf dem Cover, sie hält den Kalender. Den Kalender. Ähm, den Katalog, so heißt es. Ähm, hier einfach nur mit mir feste. Das ist eine Katalogveröffentlichung. Das war für den Luven-Shop-Katalog. Und das Wert, was da drauf ist, ist Rosenstolz. Und der lag überall auf den Quitaner aus. Habe ich mich riesig gefreut, war ganz schön stolz. Mussten wir natürlich sofort ein Foto mitmachen. Ist ja quasi Ehrensache. Genau, und dann sind wir wieder am Anfang. Und, ähm, wieder zurück persönlich zu mir. Okay, das war die Reise in meine fotografische Vergangenheit. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Bilder. Das war jetzt einfach so ein kleiner Ausflug. Wie gesagt, ich bin mega gespannt, was du dazu sagst. Ob du die Bilder vielleicht schon kanntest. Ob du gedacht hättest, dass ich das und das gemacht habe. Ob du vielleicht eine Lieblingsveröffentlichung hattest. Und wenn du mehr zu irgendwas wissen willst, schreib mir das auch total gerne unten rein. Ich freue mich immer, von dir zu lesen. Einmal die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich, oder ich freue mich natürlich, total über einen Daumen nach oben von dir. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, alles Liebe. Tschüss. 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 Tschüss.